Hallo Freunde und willkommen zurück zu TerraTech. Ich habe ein kleines Problem, so ein ganz kleines. Und zwar musste ich mit Bedauern feststellen, dass ein paar Folgen von mir, die ich aufgenommen habe, nach unserer letzten Folge, die ihr wahrscheinlich, hoffe ich, doch geguckt habt, die haben nicht aufgenommen, beziehungsweise es gab ein paar technische Probleme, sodass die nicht zeigbar sind. So, und jetzt hat sich nämlich schon einiges geändert. Und zwar habe ich halt in der Zwischenzeit viele, viele andere bösartigen Fahrzeuge kaputt gemacht. Habe hier so schöne neue große Räder, haufenweise Waffen, hier vorne so ein paar Mörser, Kanonen. Also ich habe jetzt viel Material, ich habe viele, viele Waffen und ich könnte theoretisch eigentlich diese Pyramide noch größer bauen. Und das Ding ist jetzt wirklich eine wahre Kanone, also ein Riesenschlachtschiff. Moment, ich mache mal, guck mal, das Ding, das schießt, also wenn Gegner kommen, die brauchen einfach nur noch stehenbleiben, einfach nur auf die Leertaste drücken zum Schießen, das Ding reißt jetzt alles auseinander. Ja, und blöderweise sind halt ein paar Folgen jetzt kaputt, sodass ich das halt nicht mehr so schön zeigen kann, wie ich das alles gefangen habe oder gefunden habe. Aber naja, das Leben geht weiter und von daher machen wir jetzt einfach mal schnell, einfach schnell weiter und fangen einfach mal da hinten hin, wo wir eigentlich hin sollen. Gucken wir, da ist noch so ein Ding. Hier, das geht ratz-ratz. Wir müssen rauszoomen. Sieht mir ja nichts. Wisse, ratz-ratz, Ding kaputt. Zack. Ende Gelände. Ne, so geht das jetzt. Das Doofe, was ich jetzt nicht so ganz bedacht habe, wir können kaum Material mitnehmen, weil wir überhaupt keinen Platz haben, irgendwo das Zeug dran zu basteln. Also wir müssten nochmal so ein paar, so eine Ladefläche bauen. Das ist ja, glaube ich, nicht schlecht, so eine Ladefläche bauen, auch für das Teil. Und da ist unser nächster Auftrag schon. Guck mal, hier, das geht ratz-ratz. Hm? Keine Chance. Alles kaputt. Wir machen einfach alles kaputt mit diesem Mörderding. Und ich freue mich schon, wenn wir so viel Material haben, dass das Ding doppelt, dreifach so groß ist wie jetzt. Und dann können wir richtig aufs Maul hauen. Noch ein paar große Räder. Ich will jetzt alles mitnehmen, aber ich weiß nicht so ganz... Ähm... Hm. Ich weiß nicht so ganz wie. Das ist extremst schade. Komm, probieren wir es einfach mal aus. Wir machen einfach mal das Zeug hier oben... Ja, einfach mal irgendwie dran. Ja, man, die Räder haben wir schnell dran geschraubt. Weil die hätte ich gern. Die Räder sind nämlich ziemlich cool. Und die würde ich auch gerne so alle mitnehmen. Die kleinen Scheißräder brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Achso, und ich habe auch Turbinen gefunden, die wir da dran schrauben könnten. Und mit den Turbinen sind wir natürlich dann auch mal eine ganze Ecke schneller. Genauso wie diese kleinen Teilchen hier. So, können wir nur ordentlich richtig auf den Putz hauen damit. Ja, richtig, richtig aufs Maul. So. Lass mal so ein bisschen dran puzzeln. Das hat denn noch alles hier so rumfliegen. Ach, diese komischen Räder brauchen wir jetzt nicht wirklich. Denke ich mal. Ähm... Von den Raketendingern habe ich eigentlich auch schon mehr als genug. Und wir sollen das Ding hier hinten ernten. Und ich glaube, da brauchen wir unsere Traktor-Pads, dass wir das Zeug transportieren können. Von daher fahren wir jetzt einfach mal schnell zurück. Aber hier hinten sehe ich gerade... Was ist denn das? Ah, dann tauchen wir mal schnell hin. Hm, das ist einfach irgendwie... Ach, so ein Spoiler. Nehmen wir mal mit. Wir nehmen alles mit. Weil ich fürchte, irgendwann werden wir einen Riesenapparat haben. Einen Riesenapparat bauen, um damit alles zu vernichten, was uns in die Quere kommt. Und das ist schön. Ab und zu verlieren wir ja auch mal eine Kanone, weil sie uns kaputt geschossen wird. Und ein aufmerksamer Zuschauer hat mir doch gesagt, ich soll so Reparatur blasen. Also diese kleinen Wür... Ne, da hat er mich festgefahren. Hier unten ist eine. Ähm, und... Äh, jetzt komme ich nicht mehr weg. Ah, komm schon. Fahr zurück. Hier, diese Dinger. Ich soll die eigentlich... Ich könnte die theoretisch hier dran bauen. Dass wir ein permanentes Schutzschild haben, wenn wir halt diese Batterien mitnehmen. Aber... Ich habe keine Lust, die Dinger da reinzubauen. Hm, das ist ein bisschen blöd, ne? Hm. Oh, nein. Stopp, 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 stopp. Das Ding nehmen wir mit. Wir reißen einfach mal hier denn alles ab. Hm? Und setzen das Teil hier hinten dran. Da könnten wir jetzt theoretisch hinten dieses Teil kaputt machen, was unsere Aufgabe ist. Oh, das ist ja auch was Großes. Ähm. Und dann könnten wir normalerweise das Ding dann kaputt schießen und die Ressourcen aufsammeln. Mit dem Teil. Also, sollte zumindest so sein. Probieren wir es einfach mal aus. Mal gucken, ob es funktioniert. Oh, 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 oh. Oh. Das war natürlich nichts. Hm. Ja, plus die... Die Fahr... Wie soll ich sagen? Die Fahrphysik ist ein bisschen... Blöd. Also, ich glaube, diese Reifen sind nicht für dieses... Territorium in der Wüste geeignet, glaube ich. Oh, was man hinten findet für eine Schönheit. So, und jetzt habe ich das Ding kaputt gemacht. Und... Jetzt fangen wir mal drüber. Dann müsste das eigentlich alles eingesammelt werden. Oder ich habe das falsche Pad. Ich glaube, ich habe das falsche Pad. Hm. Oh, der ist aber ganz schön... Hm? Ganz schön, ähm... Och, gucku, och, gucku, och, gucku mal. Hä? Wie goldig. Ich habe das gesehen. Guck mal, gucku mal. Guck mal. Der ist ja putzig. Aber mutig ist er. Das muss man lassen. Der ist ganz schön mutig. Hm. Komm, nehmen wir alles mit. Wenn wir schon mal hier sind. Nehmen wir alles mit. Jetzt haben wir uns sogar festgefahren. Das ist natürlich auch sehr toll. Nein, haben wir uns nicht. Wir haben uns da unten irgendwas drangesetzt. Und wir haben uns trotzdem ein bisschen festgefahren. Oder? Nein, wir haben unten ein Rad drangesetzt. Ach. Sind wir schlau. Hm. So, guck mal jetzt. Jetzt fährt er auch schon wieder vorwärts. So, jetzt haben wir diese komischen Kristalle. Ein stream, few now. Na nu, was ist denn dit? Nein, ich guck jetzt nix. Ich bin hier silber am Dingsen. Aber ich könnte hier auch mal. Aber ich könnte hier auch mal streamen. Oder? Soll ich mal streamen? So ein bisschen auf Twitch. Wäre doch vielleicht auch mal ne Idee. Das könnte man vielleicht mal. Könnte man vielleicht mal tun. Na, schauen wir mal, was die Woche noch so bringt. So, jetzt haben wir diese Teile. Bilder, Harvester-Drohne. Okay. Und was rum als diese Teile? Und jetzt ein bisschen, ein bisschen überfragt. So ein kleines bisschen. Kann man die jetzt irgendwie, irgendwie verwerten oder so? Oder für was braucht man die? Ich habe keine Ahnung. Bringt auf alle Fälle eine Menge Kohle. Aber ich weiß nicht, für was wir die brauchen. Soll ich die verkaufen? Eigentlich nett, ne? Obwohl, ah, warte. Ah, 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 ah. Ah, ja, ja. Ich glaube. Ich glaube, ich glaube, ich glaube. Ähm. Hierhin. Oder? Das sieht doch schon mal nach was aus. Woher werden das jetzt eingesteckt? Walu? Naupatou, Errudien, Kristall, Center, du Fabrikator, du Craften, Aal-Modul. Ähm... Okay, wo kann man das jetzt... In Aal-Modul? Was ist denn ein Aal-Modul? Wo geht es denn, diese großen Turbinen-Propeller, die ich aufgesammelt habe? Ähm... Kleiner Generator... Könnten wir auch mal bauen, wir könnten mal so nächste Folge, könnten wir mal so ein... So ein, ähm... So ein... Ähm... So ein, so ein... Na? Nein, 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 unsere Station ein bisschen aufpimpen. Das wäre, glaube ich, ganz cool. So, komm, wir machen das einfach mal nächste Folge. Müssen wir mal beschlau machen, wie das jetzt hier funktioniert. Ich weiß es jetzt gerade so gar nicht, bevor ich jetzt hier wieder ewig Zeit vor betrödel. Fahren wir einfach mal los und gucken mal, ob wir irgendwo noch einen, ähm... Anderen... Irgendwas Großes finden zum Schlachten. Irgendwas... 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 Was war denn hier? Ach du Gott. Der wollte es wissen, was ist denn das? Mhm. Ah, nee. Na, was ist denn das? Stabilisator. Noch ein Stabilisator. Sim. Ach, alles Reiben, das brauchen wir nicht. Mal hinten war doch mal dieses große... Große Vieh. Den habe ich doch gerade gesehen. Dann fahren wir mal hin, gucken wir mal, was... Was der so... Da hinten hat, oder was der so hinten... Das ist ja nämlich weg. Das ist schade. Ist der einfach davon. Uh, da ist er doch. Oh, ich glaube, das war eine Scheißidee. Das war eine Scheißidee. Das war eine Scheißidee. Hm. Das war eine Scheißidee. Also ich glaube, der Typ, der ist noch ganz schön... Der... Der ist für uns, ähm... Glaub ich, noch ein wenig zu stark. Ich glaube, ich sollte das doch mal probieren mit der... Mit der Reparaturblase, mit dem Schildgenerator. Ähm... Das könnten wir ja auch machen. Das könnten wir ja auch machen. Nächste Folge könnten wir ja unser Ding hier mal ein bisschen pimpen. Mit den Reparaturblasen, mit den Batterien, dass wir die irgendwie, ähm... zusammen oder irgendwie, äh... irgendwie ein bisschen verstauen können. Das wäre, glaube ich, eine ganz coole Idee. Und das probieren wir dann einfach auch in der nächsten Folge. Und dann machen wir das dann einfach mal. Probieren einfach mal aus, wie das dann so funktioniert. Dass wir so ein richtig schönes, schönes Gerät haben. So. Jetzt haben wir hier so ein komisches Teil eingesammelt, was der Typ uns kaputt geschossen hat. Das ist natürlich jetzt wieder mal ein bisschen blöd. Aber wir haben ganz schön einen auf den Sack gekriegt, ne? Uns fehlt hier neben die ganze Front hier. Nee, das ist ja mal echt, ähm... Das ist ja echt blöd. Da haben wir uns jetzt irgendwie ganz schön ins Bein geschossen damit. Hm. Das war nicht gut. Ähm... Ähm... Pass auf, wir machen das mal anders jetzt. Ähm... Wir... reißen das Teil einfach mal auseinander. Bauen dann später ein großes in der nächsten Folge. Und jetzt machen wir uns erstmal so unsere Hütte ein bisschen schön. Weil das ist alles so ein Durcheinander hier. Ich blick da irgendwie gar nicht mehr durch, was ich irgendwo hab und was ich nicht hab. Ähm... Deswegen erstmal alles ein bisschen... nochmal schön machen. Dann mach ich das nächste Mal... Nächste Folge einfach mal eine Folge... Irgendwann mal so ein Viech da zusammenbauen. Und dann gucken wir einfach mal weiter. Ach... Ja... Ah... Das ist ja so ein... Das heißt... Das ist ja die... Mhm... Juhh... Hm... Ah... So... Saug's ein. Los... Los... Und dann... So... Ja, 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 ja. Lass mal alles hier kaputt reißen. Dass uns das Ding jetzt mal hier alles wieder abnimmt. Dann haben wir auch irgendwelche Sachen doppelt da stehen und... Ach, das ist doch alles Mist. Deswegen saugen wir erst mal alles ein. Ach, guck mal, da haben wir noch so zwei Dinge. Ah, guck mal hier. Na? So. Und jetzt? Na, komm, das machen wir erst mal. Hoppla. So. So doof, dass hier nichts dabei steht, was irgendwie was ist, ne? Das ist auch alles ein bisschen doof. Dass da nicht so eine richtige Beschreibung steht von Playoff hier. Das interessiert doch gar nicht. So, erstmal alles hier im Marschall reingeschmissen. So. Jetzt haben wir erstmal nichts. Stellen das Teil mal ein bisschen weiter weg. Weil wir sonst immer mit dem Teil hätten kollidieren. Gut. So, jetzt haben wir das hier erstmal so schön. Und... Jetzt hat es kein Strom. So, jetzt hat es Strom. Wir haben nämlich irgendwo einen Generator, Mann. Hätte ich doch irgendwo gesehen, glaube ich. Ähm... Der müsste hier sein. Ein kleiner Generator. Den setzen wir einfach mal hier dran. Soll das Teil ja normalerweise Strom liefern. Hoffe ich zumindest. Hoffe ich zumindest, dass er das tut. Aber so wie es aussieht, tut er das nicht. Ähm... So, jetzt ist er wieder gangbar. So, unser Solargenerator. So, den setzen wir einfach mal hier mit dran. So. Haben wir es gerade zufällig dunkel, dass keine Sonne da ist? Ja, haben wir. Das ist natürlich jetzt auch wieder mal ein bisschen blöd. So. Äh, was soll man da? Reparaturblasen. Das sind die Schildblasen. Der Generator. Wireless Ladegerät. Ja, was haben wir jetzt mit dem Wireless Ladegerät? Na gut. So, jetzt haben wir halt noch riesengroße Batterien. Die müssten wir halt auch irgendwie dran setzen, dass wir die auch vernünftig nehmen können. Ähm... Können wir die einfach hier dran setzen? Wie viel haben wir denn? Acht? So. Na, die müssen ja irgendwie mal aufgeladen werden. Ich hoffe, die laden auch auf. Sieht jetzt gerade zumindest nicht so aus, als würden die aufladen. Aber es kommt ja auch gleich die Sonne raus. Dann dürften die ja vielleicht aufladen. Genau. Und jetzt laden sie nämlich auch auf. So. Jetzt haben wir... ...einen Schildgenerator. Den setzen wir einfach mal hier dran. Dass das Ding uns nicht irgendwie... ...angegriffen wird. So. Dann setzen wir hier dann den Reparaturblasen dran. Noch eine, dass wir hier besser... ...dranfahren können. Dann in unserem Vehikel später. Also ich hoffe, dass es... Ich weiß nicht, ob das gut ist, was ich hier gerade mache. Aber egal. So. Wir haben die Lieferungskanone. Die setzen wir einfach mal... ...hier dran. So. Ah, jetzt muss ich sagen, dass wir da mal Strom sammeln. Hm. Wie haben wir... ...Förderband brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht. Ein kleines Silo. Das setzen wir auch einfach mal hier dran. Warum dauert das so ewig lang? Das ist ja blöd. Hm. Komm, Marine. So, wir haben das Silo geboren. Wir brauchen den Fabrikator. Wir brauchen die Raffinerie. Eine Schrottpresse. Fließband und Lieferungskanone. Okay. Ähm. So. Fabrikator. Den setzen wir einfach hier irgendwie so dran. Ähm. So, dass wir auch wissen, dass das der Fabrikator ist. Ja, gut. Jetzt wissen wir... Weil ich hab ja alles in den letzten... ...inseren letzten Bays, die ich grad abgerissen hab, da hab ich ja einfach alles nur irgendwie wahllos dran gebaut. Weil ich selber auch nicht so ganz wusste, für was was ist. Aber mittlerweile weiß man ja, wo man es hinbaut. Und dann... Ne, dürfte das ja wahrscheinlich nicht so das Problem sein. So, das setzen wir hier dran. Ähm. So. Die Raffinerie haben wir gerade gebaut. Die Schrottpresse setzen wir auch noch irgendwo dran. Vielleicht hier. Quick. So, und das sollte es gewesen sein. Die Lieferungskanone setzen wir auch noch irgendwo dran. Die können wir hier dran setzen. Und dann denke ich mal, sind wir doch eigentlich soweit ziemlich gut ausgerüstet. Ähm. Warte mal, ich hab... Ach, Flügel hab ich noch keine. Was ist denn das? Benzin-Punk. Ähm. Ich hab doch irgendwo... Die hab ich bestimmt irgendwo hier drin oder so. Ähm. Ja, genau. Ja, genau, die Düsen. Komm, wir binden einfach mal kurz was aus. Nein. Dann brauchen wir noch mal ein paar Räder. Und jetzt sind wir gleich mehr so. Oh, die sind ganz schön groß. Ne, die sind zu groß. Die nehmen wir jetzt erstmal nicht. Ich will hier mal ganz kurz was ausprobieren. Dann nehmen wir einfach hier das... Das... Das Dreckrad. Setzen das hier mal ein bisschen... Ein bisschen dran. So. Und... Dann schauen wir mal die Düsen. Was haben wir da? Das Düsen. Spoiler. So, komm, machen wir mal eine kurze. Ah, siehst du denn? Ah, es gibt hier ordentlich Wumms. Die könnten wir dann an unserer nächsten Kiste irgendwie mal hinten dran bauen. Aber ich habe hier noch so große Turbinen. Dann machen wir mal anders. Komm, geh in die Mitte. Mitte. Dann können Sie hier noch rein. Das ist ganz schön verrückt. So, jetzt haben wir noch ein paar. So, dran, links und rechts. So. Ich glaube, wir haben sie falsch draufgesetzt. Ja. Ja, funktioniert zumindest schon mal ganz geil. Da könnten wir viele coole Sachen mitbauen. Wenn wir links und rechts noch so ein paar Flügel dran setzen würden, die wir noch nicht haben, dann könnte aus dem Teil ganz schön was werden. Das machen wir alles dann mal in der nächsten Folge. Jetzt müssen wir alles nieder. Ah, das ist lustig. Ja, genau so machen wir das. So, jetzt haben wir jetzt mal ein bisschen was gebaut. In der nächsten Folge bauen wir uns dann ein riesengroßes Vehikel mit viel Tamtam. Und dann versuchen wir noch mal diesen Fabrikator da irgendwie in Gang zu kriegen, dass wir da diese komische AL-Drohne da das Modul bauen sollen können. Oder AI, AI-Modul. Ja, schauen wir mal. Also, dann vielen Dank schon mal, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns wieder mit einer neuen Folge von Terratec. Und das wahrscheinlich, oder sehr wahrscheinlich, morgen. Also, dann bis später. Macht's gut. Tschüss.